Hallo Freunde der Blackameters, ich hab nen Unfall gehabt. Ein Unfall? Komm mal raus, ich konnt mich länger halten. Ich muss mal grade gucken. Der hat nur Eisen. Der hatte auch kein Zinn, ne? Nö, ich konnt mich länger halten. Was brauchst du? Ich hatte auch mal Zinn gebraucht, ich hatte auch keins. Da muss ich mal Duffy fragen, ob er mir die Husten gibt. Peter, was ist dieses Miau? Ich konnts nicht länger halten. Was denn? Aber was? Nein! Ja man, nein! Da kriegt man nachts sich da, wo dran rumläuft. Ja, aber mach das weg. Ich konnt wirklich nicht länger halten. Das tut mir so leid. Nein, mach das weg, Jamma. Der spürt dir alles unter. Oh nein, der hättest du mal gelassen. Der hättest du mal gelassen. Jetzt kommen die Zombies zu mir. Okay, ich hab sie gekillt. Okay, ich brauch immer noch Zinn. Wir haben keinen Zinn mehr. Ich hab das letzten Rest alles für die Jackpacks gebraucht. Ich hab keinen Zinnbären. Ja, ich hatte auch nicht mehr. Wir haben zehn Zinnbären. Wir haben keinen Zinn mehr. Wir müssen... Ich hab Zinnbäsche gepflanzt in der Ausführung, dass das wächst. Aber das ist nicht gewachsen. Doch, 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 doch. Ich hab das vorhin nur abgebaut und umgesetzt. So, jetzt brauchen wir... Moment. Welche Farbe hat denn dein Klositz? Warte mal kurz. Einen, zwei Barren? Einen, zwei Barren? Also, Eisen... Eisen habe ich. Eisen habe ich? Einen, zwei Barren? Warte mal kurz. So, was brauch ich da noch? Met, OS. Haben wir Glas? Nein. Ja, haben wir irgendwo. Irgendwo. Met, OS. Was willst du denn? Welche Farbe hat denn die Toilette sitzt? Warte, nein. Ja, haben wir irgendwo. Äh, mein Toilettensitz... Was? Welche Farbe der hat? Wieso das denn? Wieso nicht? Meiner ist weiß. Und auf dem Deckel ist so eine Mann und eine Frau abgebildet. So, das haben wir. So, dann was steht mir noch? Welche Farbe hat er denn? Ähm... Äh... Mein Real-Life-Sitz? Dein Toilettensitz? Mein Real-Life-Toilettensitz? Ja. Ist aus Holz. Ist der auch Holzfarben? Meiner ist auch aus Holz, nur da hat er irgendwie so eine Schicht drüber. Das ist... Nein, das ist ein richtiger Holzsitz. So, jetzt machen wir das mal. Ich dachte schon, es wäre der so peinlich, weil du hast ja da Baby Born und so drauf. Ja, ne, ist klar. So, das muss ich nochmal kurz... Und Barbie. Und... Und Prinzessin Lily Fee. Und Hello Kitty. Und Yama. Ja, ne, ist klar. Ach, alles ist für dich nochmal also Yama, oder wie? So, jetzt machen wir den da hin. Zack. Das heißt, der sammelt dann irgendwie allein. So, dann müssen wir irgendwie noch eins zusammenkriegen. So. Der muss auf jeden Fall wieder hin. Das heißt, ich habe einen Enderman Kopf und eine Ender Perle. Wozu brauche ich das? Warte mal, ich brauche, ähm... Item Duct. Item Duct. Item Duct. Oh, Metaos, wofür braucht man eine Assistenzbasis? Da brauchen wir auch wieder Zinn. Metaos? Bitte? Wofür brauche ich eine Assistenzbasis? Äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warte mal, den nehme ich mal raus, dass ich überhaupt ein bisschen Schutz habe hier. So. Wofür braucht man einen Ender Core? Ich weiß es nicht. D-Space Upgrade. Verwandelt das Fass ein in D-Space Fass? Äh, Blei. Erbs. Das muss ich mal schmelzen. Äh, nein. Äh, auch nein. Warte mal, was ist das denn hier? Glutholzblätter? Ich, 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 ich. Äh, Sortieren. Na, 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 na. Explosionsschutz, das ist vielleicht, äh, vor allem... Ey, was machst du mit meinem Bums? Mit deinem was? Bums! Was ist denn dein Bums? Ja, ich hab hier einen Kobold-Wams mit Explosionsschutz und Feuerschutz 1. Äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich hab Leder gefunden. Drei Stück, brauchst du? Medas, Medas, kann ich dir mal ein Item geben? Hat der mir überhaupt zugehört? Nein, ich brauch keinen Leder mehr. Ja, hab ich, aber ich brauch's nicht. Medas, guck mal das, guck dir mal das Item hier an. Ah, jetzt warte mal. So. Äh, was? Was denn? Was in deinem Dings? In der Tower? Den Hammer? Wo? Äh, ich hab keinen... Ach, den... Da ist... Fasshammer. Keine Ahnung, wofür man den braucht. Äh, ich auch nicht. Hab reingemacht. Äh, ja, ob du hast ihn gemacht, ne? Ja, okay. Warte mal. Einer von euch beiden hatte doch... Ähm... Nein, du nicht. Äh, wo ist denn jetzt Theo? Theo? Theo! Theo! Was ist denn noch hier unten? Wofür braucht man ein resonantes Ender? Ah, da ist Theo. Bleib stehen! So, warte mal. Äh... Das ist so, wie es so erscheint... ...nurzvoll zu sein. Das ist ja mal gut. Da hat er meinen Rucksack eingesammelt. Metas, hast du mal ein Redstone für mich? So hot in der Theo als ab! Theo! Er will zu mir! Ich glaub, der kann mich nicht leiden! Nee! Was der schon alles gegessen, was der schon alles essen musste! Siehste? Jetzt können wir noch mal Zinn machen! Wo ist denn der Redstone-Ofen? Bitte? Ich brauch einen Redstone! Ihr brauchst einen Redstone! Ich brauch einen Redstone! Weißt du, wie wertvoll Redstone ist? Ich brauch's trotzdem! So, da ist der Redstone! Ah, da wird's! Silber! Zinnwaren! Da! Es sind doch Zinnwaren! Da! Siehst du? Blei! Haben wir auch! Sortieren wir das Ganze mal! Eisen! Silber! Rohplastik! Kupfer! Pyrösus! Kupfer! Eisennagel! Aluminium! Das Gummi! Ähm, ich glaub ich könnte noch so'n Ding zusammenkriegen! So'n Autonome! Haben wir noch eine Ender-Talle? So, jetzt mal... Warte mal! Erstmal... Ähm... Ich mach erst mal einen Autonomen! Bevor ich die Autonome... Äh, äh? Ach, mir fehlt Glas! Wie kann dir denn Glas fehlen, Metaz? Du bist Glas! Ja, mir fehlt Glas! Redstone hab' ich! Eisen hab' ich! Metaz, hast du dir an deinem Kloß jetzt schonmal einen Schiefer eingezogen? Was hab' ich? An deinem Kloß jetzt schonmal einen Schiefer eingezogen? Schiefer? Nee! Schiefer, Splitter, Speisherr! Was weiß ich denn nicht, wie das bei dir heißt? Nein! Wie heißt das bei dir? Spielt da einfach! Das heißt Schiefer! Im Urlaub hab' ich Leute getroffen, bei denen hieß das Speisherr! Okay! Der eine hat sich einen Fuß gebrochen... ...im Urlaub! Da mal Glas! So... Pot-Asche-Apfel! Dann... So... So... Das heißt hier... Ne, da kriegen wir so viel gar nicht zusammen! Wir haben ja nur zwei... Ne, warte mal, Eisen! So... So... Und da haben wir davon schonmal zwei! Amen! Ein... Ein... Ein Zinn! Ein Zinn! Ich hab' dir leider schon alles Zinn gegeben, was ich besaß! So... Ja... Die haben noch nix! Gut! Okay! Was wollte ich eigentlich gerade machen? Die wachsen noch! Das heißt, warte mal! Hier mal... Was wollte ich eigentlich? Ich führe mal eine Böse mit! Das ist ein bisschen dunkler! Ja... Wer brauche ich ja rein? Ja... Wann haben wir denn... Meters? Ja! Wann haben wir denn das ME-System? Äh... Wenn wir das Zeug alle dafür haben! So... Jetzt, ähm... Erstmal... Muss ich gucken... Wir haben... Was bringt eigentlich der Fasshammer? So... Erstmal überhaupt einen machen... So... Dann haben wir hier noch einen... Äh... Den... Der ist ausgewachsen, ja... Meters? Wie lange gibt's Magic Farm eigentlich schon? Iiiiiiii... Ich weiß das jetzt gerade gar nicht... Soll ich mal gucken? Kannst du machen, ja... Gut... Das nehmen wir hier mal ab... Also... Magic Farm 1... Seit dem 24.09.2014! Okay... Das ist... Als Gutscheincode... Was? Naja... So... Machen wir das hier... So... Dann... Ach... Ich brauche diesen Schlüssel! Da brauche ich... Äh... Warte mal... Wie heißt denn das? Äh... Sichelhammer! Dicke... Hier ist eine Kloake... Metas... Wo braucht man die? Eisen... Eisen... Zinn... Eisen... Äh... Was? Woher braucht man eine Kloake? Ich weiß es nicht... Keine Ahnung... Du stellst mir immer Fragen als... So... Dann... Brauche ich... Hä? Wollte mal... So... Da... Dann machen wir das so... Und... So... Naja... Schaden kannst du nicht... Schaden kannst du nicht... Ja... Schaden kannst du nicht... Ich krieg dir ja was... So... Dann machen wir hier... Und... Da... 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 Gut... So... Dann müssen wir hier mal schauen... Das war unten... Ne... Warte mal... Das ist unten... Ne... Jetzt muss ich doch gleich erstmal gucken... Nicht, dass ich da irgendwas verkehrt mache... Ah... Ne... War nicht unten... Das ist hinten... Das ist unten... So... Ovenrack... Dann das wieder da hin... So... Was bringt ein ME-Wärme-Austauscher? Äh... Kein Plan... Ich denke... Du hast Ahnung vom ME-System... Das sollte jetzt funktionieren... Äh... Gut... Nächstes Projekt... Ne Radio... Äh... Der Wärmetauscher... Der sollte eigentlich dafür sorgen... Dass es äh... Nicht zu warm wird... Ha... Es funktioniert... Gut... Prima... Dann hätten wir das zumindest schon mal... Hier haben wir nochmal 10... Gut... Dann mach ich da auch schon mal... Zwei Hebel drunter... Das ist eigentlich wie schlimm das ist... Wenn du weißt... Du brauchst nur noch genau eins... Von irgendeinem bestimmten Stoff... Aber genau dieses eine... Ist nirgends mehr vorhanden... Ja... Ja... Das ist dann... Hart... So... Gut... Das reicht erstmal soweit... Dann... Äh... Hä? So... Dann hier... Das kann man so... Zumal... Das heißt hier unten muss noch was Holz hin... Gut... Bis dahin machen wir's erstmal... Weil ich muss ja hier noch dran hinterher... Und das kann man euch... Machen... Weil da komm ich ja immer noch dran... Kann ich immer noch setzen... Wie das... Was machst du eigentlich die ganze Zeit... Ich hab ein Radio gebaut... Ich sorge dafür dass wir genug Zinn haben... Ich hab ein Radio gebaut... Ein Radio? Ein Radio... Geht hier oben auf den Fleischblock... Das macht aber keine Musik... Ich hab's sogar mir ausgemacht... Ich mach's mal an... Vielleicht brauchst du die Power mit Rotstein... Ähm... Moment... Ich mach mal einen Hebel... So... Und... Nichts passiert... Nichts... Ähm... Vielleicht daneben? Ah... Tidadaaa... Nein... Komisch... Na gut... Jetzt haben wir ein Radio... Ja lass es erstmal stehen... Vielleicht finden wir es ja noch raus... So... Ich will mal gucken... Oder ich tu mal googeln... Ich will mal so ein paar Bären wachsen hier... Irgendwas ist da... Das würde mir Angst machen... Ehrlich gesagt... It requires... Attuned... Radio Kristall... Der kann gefunden in... Dungian... Cast... Wer braucht noch nen Radio Kristall? Und wo können wir den in Dungeon oder was? Ja... Das ist Aluminium erst... Das machen wir auch mal in den Redstone-Oven-Displayers auch... Ja... Ja... Ich brauche Zinn... Ja... Ich brauche... Ja... Ich brauche... Ich habe es auch gebraucht... Wenn mir jetzt keiner geben können... Okay... Ich würde sagen... Wir gehen in der nächsten Folge weiter... Auf die Suche nach Zinn... Ich sage... Bis dahin... Und... Tschüss... Tschüss...